Ja hallo meine eisenhörigen Freunde, wir haben heute ein weiteres Video und zwar gibt es heute mal wieder ein deftiges Trainingsvideo. Ich habe heute Beintrainingstag mit Fokus auf die hintere Kette, also ich habe zwei Trainingstage. Der eine fokussiert sich so ein bisschen mehr volumentechnisch auf dem Quadrizeps, die andere Einheit dann mehr auf dem Gluteus und auf die Hamstrings. Allerdings, ich bin jetzt eigentlich schon so ein bisschen im Sack, also wir waren jetzt die ganze Zeit nach Babysachen, gucken Kinderwagen und Isofix und Kindersitze. Der ein oder andere hat es ja vielleicht jetzt schon mitbekommen auf Instagram, aber jeder vielleicht hier noch nicht. Also ich werde ja im November, also im November bekommen wir unser erstes Kind und da gibt es natürlich ein paar Anschaffungen zu machen, ein paar Vorbereitungen. Da steht jetzt noch einiges an bis dahin und das bringt mich so ein bisschen hier und da, ja sagen wir mal an meine organisatorischen Grenzen. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von meiner Regeneration. Ja nichtsdestotrotz, ich verleibe mir jetzt noch eine Kleinigkeit ein, dann lasse ich das Ganze noch so ein bisschen sacken und dann geht es auf jeden Fall noch in eine späte Trainingseinheit. Ja, ich würde sagen, legen wir auch wie immer direkt los ohne langes Vorgelassen. Wie ihr bereits in einem der letzten Videos sehen konntet, ist das Summenkreuzheim aktuell die erste Übung in meiner Trainingseinheit, die sich auf die hintere Kette fokussiert, also diejenige, wo mehr Volumen für die Hamstrings und Gluteos absolviert werden. Das hatte ich bereits 2016 für meine Aufbauphase bis 2019 so integriert und hat auch gut gefuchtet und dabei bin ich geblieben. Da ansonsten bei mir es eher so gestaltet war, dass der Quadrizeps ein bisschen mehr abbekommen hat als hinten rum und das hat insofern gut gefuchtet, dass ordentlich Fleisch auf den Gluteos und auf die Hamstrings in der letzten Aufbauphase gekommen ist. Daran möchte ich in dieser Aufbauphase weiter anknüpfen. Demnach erste Übung, das Sumo-Kreuzheben, was wie auch schon beschrieben immer relativ schwer ausgelegt ist, legt sich zwei bis drei Arbeitssätze, um nicht zu viel Erschöpfung anzuhäufen, weil man muss ganz klar sagen, Kreuzheben ist so eine der Übungen, die am meisten reingrätscht in die Regeneration. Dementsprechend muss ich da mal ein bisschen Contenance waren. In dem ersten Arbeitssatz habe ich mit 250 Kilo gearbeitet auf drei Wiederholungen. Nicht alle Wraps waren so, wie ich mir das vorgestellt habe, besonders der dritte. Da habe ich einen kleinen Fehler begangen und habe meine Schulter nicht wie er nochmal fixiert. Das hat mir in dem Moment nicht so ganz gefallen, beziehungsweise in der Retro-Perspektive. Hier habe ich das Ganze auf zwei Wraps in Reserve geeicht, beziehungsweise bewertet im Nachhinein. Und der zweite Satz waren dann vier Wraps mit mehr oder weniger einem noch im Tank. Da muss ich sagen, hat mir auch so ein bisschen krafttechnisch reingegrätscht. Ich hatte vorher so ein bisschen Probleme mit Sumpfarsch und ich habe gemerkt im vierten Wrap, dass es sich nicht ganz so günstig anfühlt und dementsprechend ein bisschen mehr Fokussierung in Richtung Gluteus gelegt werden musste. Als Folge dann nach den zwei Arbeitssätzen für den Sumo-Bereich ging es dann an das rumänische Kreuzheben, was ich im Übrigen seit kürzesten an der Multipresse integriert habe, um einfach so ein bisschen Last von diesem Langhantelheben wegzukommen und mich mehr auf die hintere Kette zu fokussieren. In dem Fall muss ich mich noch so ein bisschen anpassen, beziehungsweise anfreunden mit der Ausführung an der Multipresse. Ich habe feststellen müssen, gerade bei diesen schrägen Multipressen, dass man die Füße tendenziell eher ein bisschen nach vorne positioniert, weil man eben ansonsten mit der Hantelstange zu weit vom Körper wegkommt und dann Probleme hat, tatsächlich noch die Last ordentlich auf die Hamstrings zu laden. Aber im Allgemeinen eine sehr angenehme Geschichte, weil man muss ganz klar sagen, wenn man zuvor so schwer Kreuzheben macht, dann fällt es einem schon schwer, dann noch eine gute Spannung in den folgenden Arbeitssätzen aufzubauen, beziehungsweise da nicht zu sehr mit der Stabilität im Chor kämpfen zu haben. Dementsprechend hier drei Arbeitssätze von 130 bis 140 Kilo. Das bedeutet, wir haben fünf Sätze, die für die Hamstrings mit reinkommen und dann als Abschluss für die Hamstrings so viel Volumen vertrage ich persönlich nicht. Kommen noch die Beinkurts hier im Liegen zum Einsatz. Normalerweise würde ich eine sitzende Variante präferieren, aber die ist gerade temporär ausgeschieden. Das Ganze in dem Fall unilateral, um beide Seiten nochmal gleichmäßig, man könnte sagen, zu finishen. Wichtig ist hierbei vielleicht auch zu erwähnen, dass ich versuche, die Wade bestmöglich rauszunehmen. Man kann natürlich auch über die Wade ein bisschen im Kniegelenk kompensieren, dann ist man deutlich stärker, aber wir wollen ja möglichst isoliert den Beinbizeps fokussieren und dementsprechend versuche ich meinen Fuß möglichst locker zu lassen. Also da muss jeder mal so ein bisschen rumprobieren, wie er am besten isoliert in den Beinbizeps kommt, ob er da quasi wirklich die Fußspitze nach unten drückt oder ob er den Fuß einfach locker lässt. Nach Möglichkeit entsprechend nicht mit der Wade mitziehen, weil dann nehmt ihr euch so ein bisschen Last ab. Und das ist nicht so wirklich Sinn und Zweck der Übung. Es kann sein, dass sich der Arsch manchmal so gerade zum Ende hin leicht abhebt, aber möglichst solltet ihr ihn zumindest auf der Bank lassen. Wenn er mal sich leicht bewegt, ist das noch halb so wild. Nach den drei Arbeitssätzen, die ich hier absolviert habe, tendenziell zum Muskelversagen, also bis wirklich keiner mehr geht und maximal kontrolliert, geht es dann an den Quadrizeps und zwar an die Beinpresse. Hier mit drei Arbeitssätzen gearbeitet. Ich mache es so, dass ich in dieser Einheit einen sehr, sehr engen Stand wähle und tendenziell ein bisschen höher im Bereich der Wiederholung liege, als ich jetzt beispielsweise in der Einheit habe, in der ich mich auf dem Quadrizeps fokussiere. Also da gehe ich tendenziell ein bisschen schwerer und habe noch einen leicht anderen Stand. Hier muss ich ganz einfach sagen, mit diesem sehr, sehr engen Stand, sehr, sehr weit unten positioniert, am Brett bekomme ich ja schlussendlich, sag ich mal, das beste Gefühl, dann nochmal in den Quadrizeps mit rein, besonders wenn ich vorher was anderes trainiert habe und mit dem etwas höheren Wiederholungsbereich bekomme ich dann auch eher noch einen Pump in den Quadrizeps und bekomme ein besseres Gefühl rein, als wenn ich jetzt nach den vorherigen schweren Sätzen nochmal extrem schwer in die Beinpresse gehen würde. Ja, es war ein relativ entspannter Satz, also da habe ich mir noch ein bisschen was im Tank gelassen, muss man sagen, bei der Beinpresse sieht es häufig und fühlt es sich häufig extrem schwer an und sieht extrem schwer aus, aber in der Regel muss man schon einiges tun, um in einen Bereich von einem Wrap im Tank bzw. Muskelversagen zu kommen. Das ist nicht ganz so einfach. Weiter ging es dann mit dem Beinstrecker. Der Beinstrecker ist natürlich relativ unspektakulär. Hier wesentlicher Fokus auf die Muscle-Mind-Connection und auf eine ordentlich harte Kontraktion. Ich würde mir ein bisschen mehr Range of Motion wünschen, also dass ich noch ein bisschen mehr in die Dehnung könnte. Das gibt die Maschine in dem Fall leider nicht her, aber man muss natürlich mit dem arbeiten, was man zur Verfügung hat. Hier drei Arbeitssätze. Man kann sehen, meine Beine sind relativ frei aktuell. Noch das Ganze in den letzten drei Tagen auf 96 Kilo. Ich muss sagen, die Form hat sich in letzter Zeit sehr, sehr gut entwickelt. Nicht nur im Oberkörper, sondern auch im Beinbereich, im Gluteus, ist jetzt nicht viel zugefettet. Natürlich, der Rücken leidet immer so ein bisschen im Zuge der Aufbauphase. Gerade der Unterrücken ist immer tendenziell noch ein bisschen fetter. Zum Abschluss dann noch zwei Sätze Adduktion und drei Sätze in der Abduktion. Bei der Adduktion muss ich so ein bisschen aufpassen, dass ich es nicht übertreibe. Dort, wo ich anfasse, da sollt ihr es eigentlich spüren. Den Cue habe ich ja schon mal rausgehauen, dass es teilweise hilft, wenn ihr irgendwas fokussieren wollt. Wenn ihr es tatsächlich dann mit den Händen anfasst, das besser anzusteuern. Ich muss insofern aufpassen, dass ich nicht zu einen harten Muskelkater mehr reinfahre in die Adduktoren. Sumo-Kreuzheben habe ich natürlich auch schon drin. Dementsprechend muss ich da so ein bisschen Contenance wahren. Aber die Adduktoren, dachte ich mir, könnten in dieser kommenden Aufbauphase noch ein bisschen zusätzlich Fleisch gebrauchen. Deswegen ein bisschen stärkere Fokussierung hier drauf. Und ergänzend zum Gluteus Medius dann noch die Abduktionsübung. Drei Sätze, relativ einfach, relativ nah zum Muskelversagen oder eher zum Muskelversagen. Tendenz sowieso bei meinen Isolationsübungen immer in Richtung One Rep in Reserve bzw. Muskelversagen. Ja, das wäre es soweit mit meiner Einheit für die hintere Kette gewesen. So meine Freunde, das war das Beintraining mit Fokussierung auf die hintere Kette. Wir haben es jetzt schon kurz nach 0 Uhr, also es hat irgendwie alles dann doch deutlich länger gebraucht. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal einen Whey Shake geben mit 50 Gramm Whey. Ein bisschen Milch, ein bisschen Wasser. Also ein bisschen Milch muss für mich immer dabei sein, weil es einfach eine viel geilere Konsistenz gibt und geschmacklich mehr hergibt. Dann gibt es auf jeden Fall noch meinen Rest Reis mit Reissirup, mit Banane. Dann wird es wahrscheinlich noch ein paar Cornflakes danach geben. Fetttechnisch bin ich heute schon ganz gut aufgestellt und dann geht es auch demnächst auf jeden Fall ins Bett. An dieser Stelle wäre halt auch nochmal meinerseits die Frage, ob vielleicht mal wieder ein Full Day of Eating interessant wäre. Bei Instagram kam hier und da immer mal wieder so die Anfrage, ob ich da mal wieder einen machen könnte. Also falls da Interesse besteht, gerne auch in die Kommentare schreiben. Ansonsten auch gerne weitere Video-Vorschläge. Ja meine Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt auch einen Daumen nach oben. Kommentiert wie gesagt gerne, wenn ihr was zu kommentieren habt. Ansonsten natürlich den Hashtag YouTube-Algorithmus-Kommentar. Ich finde gut, ja gerne auch die Videos teilen. Darüber freue ich mich immer sehr, das tut dem Channel immer sehr gut. Ja ansonsten meine Freunde, sehen wir uns im nächsten Video.